hey leute 40 hier ein weiteres gameplay in quake champions und ich mag diese map also an sich habe ich die map jetzt noch nicht so krass oft gespielt das ist jetzt warm aber die musik im hintergrund ist einfach so episch die musik ist so halt atmosphäre schon so dramatisch und wieso keine ahnung untergangsszenario ja rocket launcher ist definitiv eine meiner lieblingswaffen allerdings also manchmal wundere ich mich halt wie die raketen halt irgendwie fliegen und manchmal verfehlen die einfach so millimeter und dann machen die überhaupt kein schaden jetzt geht's los ich bin hier das höchste level das heißt wahrscheinlich dass ich die meisten matches gespielt habe das heißt aber überhaupt nichts dass ich irgendwie den höheren skill habe oder so wir werden sehen was das hier bringen treffen muss man halt schon die map muss man natürlich beherrschen in dem sinne dass man hier diese ganzen spawns von diesen ganzen items auf dem schirm haben muss vor allem natürlich auch gott der mitsch und hieß raketenwerfer der gegnerische energy die sprüche so ein bisschen sind wieder so etwas verrückt also abgefahren die ist richtig action energie ist halt in dem in dem sinne richtig cool weil er sich selber heilen kann das war nicht halt mit raketen und jetzt kämpfen wir alle darum quad damage zu kriegen alter der hat neun tracks schon was ist los mit ich dachte ich hätte jetzt irgendwie da oben eine andere waffe aufgenommen ja den habe ich echt verrafft ich wollte die die waffe aufnehmen und dann kam der typ mit der mensch ist wahrheit bisschen ärgerlich ich wollte mich gerade ein halter der typ ist echt hart die gegner halt der erste energie komm her mein freund komm gib mir den hier wenn 20 feiten freut sich der dritte oder wie war das 16 flex hat der typ man ja ich weiß man müsste auch besser halt mit dem mit manchen teilen hier also diese ganzen items aufheben bisschen ich habe den port menschen getötet und wurde natürlich ja das ist halt das abgefahren an dem geben alle kämpfen irgendwie um dieselben points ich darf nicht ich treffe den nicht alter dass er mich noch geht das kann nicht sein kann der von hinten oder was dem kann ich jetzt glaube ich nicht mehr einholen das ist echt ärgerlich 75 am das ist das mit ihm das darf ich nicht wenn der level 3 ist dann fängt er gerade an und dann ist er so abgefahren dass er dass er alles umhaut hier oder was ich habe so viel damage gemacht und er überlebt das krass aber dafür habe ich ein achievement oder beziehungsweise die aufgabe erledigt akkord habe ich jetzt wieder verpasst nein 28 wer es glaubt ich weiß nicht ob das was es gibt natürlich tausend leute die irgendwie quake auch so suchtend schon noch immer also nicht erst das neue auch schon so dass ich 3 4 und dann ist das natürlich nicht so ein krasser unterschied er so gut gut grundsätzlich natürlich schon aber vom movement und von der schnelligkeit ja nicht so musste hin musste hin nein 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 so ein 31 ich weiß es nicht was ist hier los ich weiß gar nicht gibt es eigentlich so auch cheats für die bild ich mir das gäbe ich ja noch nagelneu keine ahnung ob es schon schützt gibt man wollte gerade sagen also wie viel ist eigentlich noch überleben ob ich das schaffe bis zum kurz zu kommen die gehen richtig hart ab ich meine ist mir ja klar dass ich bin halt ja auch nicht der quake profi überhaupt obwohl das natürlich bock macht aber es gibt anscheinend spieler die kommen hier einfach ins spiel und sind einfach sofort irgendwie auf 180 keine ahnung ich habe das nicht gut ich bin jetzt auch nicht ganz so schlecht aber ich meine 38 oder 36 frex hat der typ 20 fix ja wie man sieht die man meisten liegen ja ich ja auch weit darunter also sprich es sind alle noobs aber einer mit level 3 ist irgendwie komplett abgeschlagen das ist echt hart ja keine chance dieser campina alter echt krass ich habe natürlich auch schon gesehen dass jemand auch irgendwie 48 frex hatte der war auch level 3 sowas verstehe ich halt nicht wie kann jemand so krass abgehen und an einfach alles weg rotzen mit level 3 also mit level 3 das ist ganz schnell erreicht übrigens das sind vielleicht drei vier matches so und das war's also es kann das kann eigentlich nur sein dass die leute tatsächlich anderweitig schon im quake richtig krass unterwegs sind obwohl das natürlich ein uraltes game ist aber ich bin immerhin platz 2 aber und alles nur energie ist ansonsten ist das sehr unglaubwürdig glaube ich guck mal 40 frex doppelt so viele frex wie ich also das ist ich will mich jetzt irgendwie nicht gut reden ich bin jetzt auch ein noob aber mit level 3 hatte er wahrscheinlich nicht mal die hälfte der zeit sie investiert hier die ich in das spiel hier investiert hat mit level 8 das meine ich aber naja gut danke fürs zuschauen ich hoffe das hat euch trotzdem gefallen es ist natürlich noch viel verbesserungspotenzial bei meinem gameplay aber trotzdem hat mir spaß gemacht habe ich euch auch bis denn